Danke, hätte ich nicht gesehen jetzt. Ah, Entschuldigung, der war schlecht. Lass mich im Weg stehen, das ist verunsichbar, aber nicht durchgängig. Wo denn? Zurück gleich sehen die dich. Vor allem deswegen sind die... Zähle noch einen dazu, mit Schrotgewehr. Echt? Down. Was schmatzt denn hier so ekelhaft, ey? Okay, hier ist Ruhe. Alles gut. Da ist der Hubschrauber. So, meine Kameraden. Wir haben Kontakt auf 6 Uhr. Oh, oh. So, meine Kollegen gammeln da hinten rum. Hallo Schatz, ich bist zuhause, es freut mich. Tschö. Was, 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 alles cool. Sie sehen sie hier. Fuck. Alter, wie soll ich das denn machen? Gehen Deckung in die Nähe. Du Scheißer. Solche Böden antworten kann ich verzichten. Ich bin tot, ich kann die Augen nicht mehr aufmachen. Noble Tempest. So, die ganze Scheiß nochmal, weil diese dummen, dreckigen Dreckskollegen mal wieder nix machen. KIs sind einfach selten dämlich. Kontakt auf 6 Uhr. Da hinten 6 Uhr. Einer mit Sturmgewehr. Das ist doch keine 6 Uhr, willst du mich verarschen? Das ist 11 Uhr. Du mein Junge. Auf 12 Uhr. Wo ist er hin? Also 11 Uhr. Nein, tun sie nicht. Soll ich den einfach mal folgen? und es ist voll langweilig, Mann. Geh in Position. Gut, dann... Alter, der guckt voll in die andere Richtung. Kann ich nicht sehen. Das ist eine gute Stelle, um ihn zu töten. Hier sieht ihn keiner so schnell. Noch ein Gegner. Da, linke Seite. Boah, er kann nicht drüber springen. Okay, wir laufen einfach mal hier lang. Und machen uns schön langweilig. Vor allem, weil es hier nicht weiter geht. Und dann nicht, er kommt diese Scheiß-Dinge... Alter, ist das dumm. Alter, ist das Scheiß-Dämig wieder. So, Deckung. So, Deckung. Mal hier lang. und dann... Ich bin fülle. Alter ey, weißt du, dann sollen sie es wenigstens so machen, wenn man hier so Schleichpassagen reinmacht, soll man es wenigstens so machen, dass man auch nicht so unnötig schnell entdeckt wird dann machen Schleichpassagen keinen Sinn wir sind fucking Ghost-Typen wir sind fucking unsichtbar wir haben fucking Scheidämpfer drauf ich hab den Typen drei Block weiter getötet und die Gegner wissen, dass wir da sind was ist das für ein Sinn also das heißt wahrscheinlich dann 8 Uhr oder so ey was bei denen 6 ist, ist ja eigentlich 11 verdammt, ich sehe noch 4 direkt voraus ok, das exkludiert nicht lade nach vorsicht, gleich entdecken sie dich nochmal 4 Gegner 9 Uhr 2 Ziele markiert Gegner erledigt Gegner erledigt Sack was 3 Sie versuchen es von links Lass es gleich sein, Junge Einen erwischt, der war schon tot, du Affe steigt euch steigt euch sie bewegen sich weg und weg er hat ein Sturmgewehr er hat ein Sturmgewehr er hat ein Sturmgewehr ganze Scheiße alle erledigt alle erledigt auf 9 Uhr stirb Schütze Sie sind jetzt am Ende Ziel erledigt die Sturmgewehr nicht mehr die Sturmgewehr die Sturmgewehr die Sturmgewehr die Sturmgewehr steigt euch ich raniere denn da ich stelle mich jetzt genau hierhin weil ich denke es ist die beste position na also, geht doch gehen wir uns mal hier lang ok, wir kriegen mal ne runde so, ja sehr gut Aua, hat dann also den Knochen gebrochen ok, dann gehen wir jetzt hier hoch Alter, wo willst du noch mit uns hin? Wir suchen ein fucking Auto So, ich stelle mich hier inne Boah, sieht sehr lebensecht aus Ist so ruhig hier Die Einheimischen sind wohl auf Rache Die reißen in den Stücke Was haben wir tun? Tun? Wir sind nicht mal hier Gut so Schönes Ding Ich muss auf einen bestimmten Winkel gucken und dann habe ich ein Überspringen dabei, oder was? Alter Tarnung fährt hoch Ah, ich muss mich ducken Was für ein Scheiß ich mich ducken muss, um da hoch zu springen, ey, wie bescheuert ist das denn? So, weg da jetzt Baba Fühlen Sie sich müde, haben Sie Schmerzen? Machen Sie eine Pause Arschlecken Ovalon Können Sie das Fahrzeug ausmachen? Können Sie das Fahrzeug ausmachen? Negativ Hunter Hier sind mehrere Tankstellen, aber wir sehen nicht, was darunter ist Sie werden laufen müssen Verstanden Da fliegen Millionen Dollar durch Salon Trotzdem muss man noch immer selbst nachlegen Ich rum Ach, hier kannst du hochklettern, aber diesen kleinen Steg im Grail konntest du nicht hochklettern, oder was? Nja, diese Supersoldaten Die können nur etwas, wenn es superschwer ist Normalen, einfachen Aufgaben kriegen sie nicht hin, ne? Boah, voll gegen diesen Metallstangengedönster So, dann gehen wir mal Die Musik gefällt mir grad gar nicht Kann ich das Auto nehmen? Wir sind fucking unsichtbar, hört auf uns zu sehen, ihr Affen! Das macht so null Sinn Ohne Witz, warum haben die überhaupt Häuser aufgebaut? Die haben ja nirgendwo Fenster drin, das macht ja überhaupt keinen Sinn Anfänger, Twisting, wir sind an der LZ Wir kreisen, bis wir fertig sind Okay, Twisting, sind gleich bei uns Auf so viel zu gucken und rennen Gegner, einfacher Schütze Drüben am Gefechtsstand Einer, oder was? Leichter Feindkontakt Vor uns Ledigt Oh mein Gott, der ist hier so ein Neu Nein! Das lustige ist, er sitzt direkt neben mir Ja, hast du aber früher gemerkt, dass du keine Sicht hast, du Affe Und der ist gestorben und nicht weitgehend ist Alter! Alter! Ähm Das weiß ich, das ist ein Neuzen Da haben wir ein 2 3 3 3 3 3 3 2 3 4 3 4 5 4 5 5 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 5 5 6 6 7 8 5 5 5 6 5 5 5 6 7 9 10 10 10 10 10 6 10 11 11 12 12 13 12 15 15 12 15 die position gut erledigt gehen weiter